Jo Leute und damit willkommen zurück zu das Bekloppen-Projekt. Sparks, Mann! Sparks Challenge. Ach, Mann. Das ist gut. Bekloppen-Projekt, ja. Wir sind jetzt beim Bekloppen-Sparks-Challenge-Projekt. Ja, ja. Da sind wir jetzt. Ja, ja. Nein! Ich faggit, Alter. Ich hab mit dem Diaschwert zugeschlagen. Jetzt kann ich das gar nicht mal verzaubern, oder? Doch. Eigentlich schon. Ja, ja. Du bist echt so ein Faggit. Wo ist denn jetzt mein komischer Zaubertrank-Ding hier? Sehr vornehm, Leute. Da ist er. Mann, bin ich gut gewesen. Jetzt hab ich noch einen Unsichtbarkeitstränke drin. Die Unsichtbarkeitstränke waren noch, glaube ich, das Ding da. War doch, glaube ich, ein Ziel. Ja, aber dass sie nicht wirklich was genutzt haben. Ja, haben sie auch nicht. Das ist voll bescheuert. Die Unsichtbarkeitstränke, ja, die hab ich hier alle drin. Ah, so. Bam, 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 ba-la-la-la-la. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zwei. Da hab ich denn noch gebratenes Essen drin. Yo, nice. Zack. So. So. Balala-la-la-la. Lala, lala. Na ja, Fleisch ist bescheuert. Ach, schärfe hab ich nur bekommen. Mist. Oh. Egal, warte mal, ich mach mir jetzt ein Stärketrank, genau, und den verhöre ich nochmal, und dann kann ich, da mach ich bestimmt massig Herzen. Stärketrank, plus 130 angeschaut. Ja. Drei Stück. Ja, klar, drei Stück. Mhm. Das hab ich dann auch, komm hier. Und einen Lohnrouten werde ich eh noch kriegen, da drin dann. Ja, klar. Deswegen. Wetzlar und findest du unten noch ein bisschen mehr. Ja, jetzt dann hab ich genug. Das ist nämlich das Problem. So. Wetzlar, hab ich nicht genug. Das mitnehmen, fackeln, braucht man hier nicht. Nein. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Na, such, wer, pickaxe. Weiß, das baue ich noch. Geh ich wieder los. Ein, zwei, zack. Ah, vielleicht Baustein irgendwie mitnehmen. Nein, so warzen. Ein, zwei, drei. So. Autsch. Nee, doch nicht. Geht er nicht. Mhm. Was? Nix, schon gut. Äh, netherat, zelon, staub, whetstone. Müssen wir vielleicht ein, zwei Braustände noch machen, oder? Ich mach das automatisch wieder. Was? Ach so. Ich würde das ja nie automatisch machen. Äh. Okay. Was? Der Schaden ist aber mehr, wenn man mit Gloustone macht, ne? Äh. Ja, drei. Ach, egal. Ich mach wieder Redstone drauf. Du kannst... Mit Redstone geht's natürlich, also, von der Länge her ein länger, ne? Ja, ja. Sonst hast du ja nur eine Minute dreißig und jetzt hast du acht Minuten. Ja. Und das Geile ist, du kannst einfach mal raufmachen, Gloustone, aber du kannst dann hinterher trotzdem wieder Redstone draufsetzen. Ja. Und gute Nacht. Und du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel acht, acht ein fragmentiertes Spinauge drüber ziehst, kannst du einen Trank der Schwäche wachen. Okay. Das wäre zum Beispiel auch wieder gut, wenn du gegen Whizzer oder vielleicht sogar einen Wurftrank, äh, auf den Enderdrachen wirst. Hm. Ja, wird schon alles. Ja, ja, ja. So ist das Fleisch. Na, ihr euren Gas. Halt die Fresse, Gas. Ich weiß gar nicht, für was ich Gas drehen. Warte mal, Gas-Tränen sind zwölf. Zwölf ist für Regeneration. Oh, die müsste man vielleicht auch sammeln gehen. Hm? Gas-Tränen. Ja. Regeneration. Oho, ey. Ich habe immer noch Unsichtbarkeit auf mir drauf. Ach, hast du den Trank genommen, oder was? Ich habe den Trank ausgetrunken, nachdem ich eine leere Flasche habe. Ey, was ich für leere Flaschen nicht habe. Ja, ich hätte mir auch machen können, aber ist doch egal. Ich mache mir auch ein paar Baustände mehr. Zack, zack, zack. Ja. Ja, ich lagere das vorher ein und, wie gesagt, mit dem Trichter kannst du es vorher reinlagern und wenn du keine Flaschen reingetan hast, macht der auch nichts. Mhm. Schmeiß die Flaschen rein, fertig. Ja. Ist ja halt so. So, so, so. Finger in den Po. So, zu den Wizardern. Und vielleicht springt nach Mexiko. Oh, ich habe wieder eigentlich meinen Batman-Skin, gerade hatte ich die nicht. Nee. Nee, mein Batman-Skin noch vorher. Hast du gesehen, ich habe das amtenen hier geändert. Jo, aus 3 wurden 2. Centos, ich gucke deine Videos ab und zu mal, wenn ich Zeit habe. Yay. Oder ich höre nur nebenbei rein. Oder so, ja. Weil ich dann meist meine Videos dann bearbeite. Ja, achso. Was du wieder für einen Quatsch machst. Ich. Ausgerechnet ich. Ist klar. Ja. Mhm, du mir auch. Das ist eine Juggalo. Du, was ist denn hier? Wo komme ich denn da hin, wenn ich jetzt hier lande? Komm mal hin, nach vorne. Zack. Ah, hier sind gleich sofort eine Lohnrouter, ey. Machst du, da habe ich ja noch einen Gepackle, jetzt sagen, stimmt ja. Oh, ich habe da oben mit in der Truhe gelagert. Haben wir so reingekommen. Nu is er fucker, nu is er fucker. Aua, du blöde Wichskacke. Jetzt knallst, jetzt gibst du erstmal einen Strecke dran. Zack, zack, zack. Ich glaube, das reicht, wenn ich... ...3 Stück mitnehme. Zack, 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 zack. 3 Stück reichen. Und, ab geht's in die Halle. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Da, 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 da. Ey, Rundschaft erzieht, wir müssen noch tiefer. Ja, wieso nicht? Wieso kriegt ihr den Erfolg jetzt? Ja. Was ist das denn für eine Rundschaft? Also nicht. Ähm. Falsch. Schon wieder falsch gedrückt, in der Folge. Das ist immer falsch. Ja. Das denn? Da ist noch was Neues gekommen. Wo? Benötigt das Ende. Ja, das hab ich doch... Ja, und da drüber ist noch was Neues gekommen. Ja. Kann sein, weil ich da jetzt mal reingeguckt hab, dass es dadurch jetzt angezeigt wird. Hab ich doch gesagt, dass da was Neues ist, die 3. Ja, ja, aber kann sein, dass... Was? Deswegen? Weil ich jetzt bei den Erfolgen reingeguckt hab, dass er das deswegen jetzt aktualisiert. Keine Ahnung. Das wär aber unlogisch, eigentlich. Naja. Keine Ahnung. Die Logik davon ist eh immer ein bisschen komisch. Okay, ich kann mit dem Schwert ein Blasting fortkillen. Ja. Aus. Das war... Nicht ein bisschen geflogen. Zwei Herzen nur noch. Redu? Ja. Wieso? Ja, weil wir werden da sofort Stärke tragen, also Alter, da riskierst du so viel. BAM! BAM! Oh, bist tot, Garst. Tu's mir aber gar nicht leid. Ich hab den Garst gekillt. Haha. Hi, Wieser. Was ist mein Garst denn eigentlich? Hi, Wieser, Pisser. Hi. Zack. Zack. Zwei Schläge diesmal nur noch. Ach ja. Nur noch ein Schlag. Bei Wieser. Ja. Ja, ich hab Stärke trank 1 und Schärfe 4. Ja, ich hab halt bei Köln 1, ne? Schärfe 1. Da ist halt Gas. Ach hier. Wo kommst du denn her, du bist viel? Jawohl, mit seiner einen Waffen geschlagen. Hab den grad gar nicht gesehen. Also gefahren wir das. Da war noch einer. Hi. Oh, bist schon wieder tot. Ach, da ist ja noch einer, komm her. Beifuß, Beifuß. Oh, Mann. Wieso trocken? Wann sie kommen, wenn du die rufst? Ja. Ja. Komm, man mal angelaufen. Hi, Skelett. Na? Willst du sterben? Autsch. Das wird geleckt. Ein bisschen. Warum auch immer? Dalum. 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 Das war noch. Oh, Magma Kiem. Da auch. Liebsten würde ich den Spawner ja von dem Blaze kaputt machen. Mach doch. Aber nicht, wenn ich gerade angeschossen bin von dem Viecher. gestorben aber gar nicht wo wieso sind wir so viele magma slides ist das war das bauner blaze born habe ich ja zum beispiel noch ja hier habe ich auch noch muss das dann nicht deswegen scheine mehr oder weniger ist egal na ja ich dachte bei mir war gast freundlichkeit ich hatte die vier ehrlich wird doch noch gar nicht gast unfreundlich und tot schade du denkst du mal gleich ich bin tot als lustiger ist ja die kommenden lustig centus dass er stirbt ist lustig ja kann es nicht machen wir kommen sowieso nachher mal wieder vorbeigucken ja wie viel mittlerweile system ist ja macht das es wird fühlt sich aber die magma slimes magst du sehr genau so wenig wichtig mag ok bitte und so ist unser fall abwendet welcher vertrag dass wir einfach nicht mehr zusammen spielen fertig so wie komme ich hier raus in den arschgeigen was soll dieses scheitruhe oder war schon wieder lava ich wäre fast wieder in die lava reingesprungen wieso machst du das denn nicht die fress aus nicht leben klar nein und du bist tot vier diamanten und ein sattel nice cool naja ich sage nichts mehr gas sie spawnen wie nichts gutes spiele mit dem feuer erungenschaft erhalten mit seiner eigenen waffen geschlagen hat spiele mit dem feuer vielleicht gute keine güte ja denke mir auch irgendwie komisch und du bist genauso komisch ja der von uns komisch bist du nein und jeder war die sollte man vielleicht mal mitnehmen wieder auch hier place ja es brennig natürlich auch eine minute fast zwei minuten habe ich den trank auf dem namen kippeit ja wo ist er kommt mir freundlich und ich habe köpfchen nein zwei herzen noch nicht schade glücke hat schade glücke hat schade glücke hat diese gas sein auf die nerven gehen echt ja du hast du bist wieder hinten hier nicht verwecken doch nein ich habe wieder was gehört da kommt natürlich jetzt noch ein weser skelett also habe ich auch gehört ja wenn ich angeschlagen bin ist das blöd gibt dir den seite dann meine kleine freunde noch mal eine minute noch ich will zum anderen platz wo ich sonst besser fahren haben wir letztens von ksd beats noch mehr musik ich bin zu gas mache nicht so lächer rein du hast schon noch im kopf also brauchst du nicht zu beschweren wenn der löcher rein macht und sie die kunden noch gestern ich habe die gastrinne ja bei mir sind die bei unter über lava gewesen ich versuche es immer an zu lassen mir aber egal das loch entstanden was ich nicht lustig finde und ich würde sagen dann bis zum nächsten mal leute ciao tschüss tschüss tschüss